Herzlich willkommen beim A1 Update. Gutes muss nicht immer teuer sein. Den Testbericht zum Samsung Galaxy A6 findest du im A1 Blog. Last Call! Nur noch bis Sonntag gibt es das Huawei P20 Lite für bestehende Kunden um bis zu 50 Euro günstiger. Abenteuerurlaub oder doch lieber am Strand liegen? Finde heraus, welches Smartphone zu deinem Sommer passt. Schon gesehen? Das Samsung Galaxy S9 und S9 Plus gibt es nur noch bis Sonntag bis zu 300 Euro günstiger. Alle Links sind wie immer in den Kommentaren. Danke und bis nächste Woche!